Serisi, die IIoT-Plattform von Grenzebach, bildet die zukunftsfähige Basis für die Gesamtdigitalisierung der intralogistischen Prozesse in Produktions- und Logistikumgebungen. Wir sehen hier unsere Gesamtdigitalisierung, wo wir die verschiedenen Mieterlassungen der Firma Grenzebach darstellen. Zum einen stellen wir hier den Standort Stuttgart dar, der die Logimat präsentiert. Wenn wir auf die Logimat klicken, landen wir schließlich in der Hallenübersicht. Diese Hallenübersicht bietet die Möglichkeit, verschiedene Anlagen in verschiedenen Hallen zu visualisieren und zu digitalisieren. Wählen wir schließlich unseren Messestand, sehen wir auch hier die verschiedenen Anlagen. Zum einen haben wir auf unserem Messestand eine AGT-Anlage für Automated Goods Transport und eine G2P-Anlage für Goods to Person. Wählen wir die Anlage aus, landen wir schließlich auf der Applikationsebene. Auf der Applikationsebene stehen uns die verschiedenen Apps für die jeweilige Anlage zur Verfügung. So haben wir hier beispielsweise das Flottenmanager Web-Terminal, die grafische Oberfläche für unseren Flottenmanager. Neu in diesem Jahr als Messe-Highlight, als webfähige Oberfläche und damit betriebssystemunabhängig. Zusätzlich bieten wir den im Hause Grenzebach entwickelten Security Manager. Security Manager ist der Manager zur Verwaltung der Rollen- und Rechtekonzept in Ihren Anlagen. Weiterhin haben wir dort auch das sogenannte Reporting Framework. Im Reporting Framework steht eine Vielzahl an Analyse- und Diagnosemöglichkeiten in Form von weitreichenden Grafiken und Funktionen zur Verfügung. Zusätzlich dazu gibt es den im Hause Grenzebach entwickelten SparePad-Katalog, unseren Ersatzteilkatalog für Ihre Anlage. Darin können Sie alle Ersatzteile rund um die AGVs und die Peripherie direkt bei unseren Spezialisten im Service bestellen. Wählen wir als nächstes die G2P-Anlage. In dieser G2P-Anlage steht uns eine weitere App von Grenzebach zur Verfügung. Das sogenannte Warehouse Execution System, WES. Mit dieser App digitalisieren wir Ihr Warehouse in unserer G2P-Anlage. Serisi, das Digitaldach für Ihre intralogistische Lösung.